In unserem nächsten Vortrag geht es nun um weitere konkrete Nutzungsszenarien der Digitalisierung mit dem Fokus diesmal auf das Thema Mobile Health. Welche Trends, Herausforderungen und Perspektiven gibt es? Antworten auf diese Frage wird uns nun der Head of Innovation and Business Development der ADESO Mobile Solutions geben. Begrüßen Sie mit mir Florian Blietsch. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Und nach all den Jahren im dunklen Keller Homeoffice ist es toll, so viele freundliche Menschen mal wieder in 3D vor sich zu sehen. Ich habe Spaß, das ist toll. Mein Name ist Florian Blietsch. Ich leite bei der ADESO Mobile Solutions den Bereich Innovation und Business Development. Wir sind Teil mit der ADESO Mobile Solutions der großen ADESO Group. Und das ist ein richtig fetter IT-Konzern, wie Sie sich vorstellen. 7.500 Mitarbeiter und wir haben eben End-to-End, wann immer es um dunkle und helle IT geht, wir sind natürlich auf der hellen Seite bei der ADESO Mobile Solutions, können wir Dinge lösen und Probleme lösen. Thema Mobile. Herausforderungen und Trends. Wir haben heute auch schon hier in diesem Raum ganz viel über mobile Use Cases gehört. Und wenn wir jetzt mal über mobile Digitalisierung sprechen, ist ganz klar, dass es da hauptsächlich um mobile Themen geht. Wir reden jetzt, wie gesagt, nicht von Datenhaltung Cloud und so weiter und so weiter, sondern dann, wenn es sich an den Patienten direkt am Use Case dran ist, dann sind wir meistens mobil unterwegs. Drei Themen für heute. Ich habe nur 15 Minuten und es gibt Gerüchte, dass die Tonregie diese Mikros aufheizen kann. Der Timer läuft. Ich werde es nicht ausprobieren, wie heiß es wirklich wird nach 15 Minuten. Die zehn Hebel. Warum macht mobile so viel Sinn, wenn es um Digitalisierung und Gesundheitswesen geht? Allerdings, wir können nicht nur über Smartphones sprechen. Das wäre schön einfach, wenn man sagt, Mensch, nur das Smartphone. Da ist ja ganz viel unterwegs an Themen. Wenn wir also über Innovation sprechen, sind auch andere mobile Gadgets im weitesten Sinne hochrelevant. Und zum Schluss dann nochmal alles für die Patient Experience. Ganz wichtig. Denn zum Schluss soll das, was wir hier so treiben gemeinsam, natürlich beim Patienten ankommen. Und nur dann macht es übrigens Sinn. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal. Die zehn Hebel. Da geht nämlich richtig was. Der erste ist natürlich, wir haben, und da, auch wenn das zynisch klingt, war natürlich Corona ein ganz wichtiger Impuls. Nämlich, mit einmal sind wir mit mobilen Dingen tatsächlich sichtbar und haben ja auch bewiesen, dass es da eine soziokulturelle Relevanz gibt. Eindeutig. Das funktioniert. Hoher Digitalisierungsbedarf. Auch das hatten wir heute schon mehrfach. Es gab ja schon einige sehr deutliche Vorträge und Panel-Diskussionen zum Thema. Da ist ganz, ganz viel Arbeit drin. Tatsächlich, um diese konsequente Digitalisierung überhaupt voranzutreiben. Die volkswirtschaftliche Relevanz. Auch das ist, Ihnen wusst, wir bewegen da gemeinsam ganz viel Geld. Manchmal an den richtigen Stellen, manchmal auch nicht an den richtigen Stellen. Da gibt es gute und schlechte Tage. Nichtsdestotrotz ist ein Gesundheitswesen, und gerade das Deutsche, ein ziemlich teures System. Und da haben wir ja auch, jetzt sind wir wieder beim öffentlich-rechtlichen Kontext hier, ganz viele Visionen und Vorgaben. Ein paar habe ich da aufgeführt. Die EAU, die Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung, die DIGAS, auch die hatten wir heute schon ganz oft. Die Corona-Warn-App natürlich, aber die EPA und das E-Rezept läuft da gerade nicht so richtig rund. Aber trotzdem ja prinzipiell erstmal eine gute Idee. Das ist aber auch relevant. Also auch da ist der Gesetzgewehr durchaus auf unserer Seite, und das ist schön so. Und da muss man auch ganz klar sehen, es gibt extrem viele mobile Use-Cases an der Stelle. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Infrastruktur und Cloud und was da so unterwegs ist, sondern einfach, was haben wir so bei uns, was haben wir am Patienten dran. Und da sehen Sie, da ist ganz viel Kram. Diagnostik, die EPA natürlich, die ja generisch nativ ein mobiles Thema ist. Disease-Management, die ganzen DMPs, Fernüberwachung, Medikationsmanagement, DIGAS, Telemedizin und so weiter und so weiter. Und das sind alles mobile Themen. Und wir haben noch was ganz Schickes. Das ist auch leider etwas, was wir in diesem ganzen Kontext von E-Health noch aus meiner Sicht viel zu wenig benutzen. Wir haben da schon richtig tolle und gut funktionierende Ökosysteme. Was Sie da mal sehen, ist einfach so die Übersicht, was uns unsere Freunde von Apple und unsere Freunde von Google schon so bereitstellen. Was in jedem unserer Smartphones, wenn sie halbwegs modern sind, einfach schon drin ist. Und das sind hochrelevante Daten, die wir da erheben, die im Moment so ganz niedlich irgendwie in den jeweiligen Ökosystemen drin sind, nicht in der EPA drin sind und so weiter und so weiter. Also auch da spannender Hebel. Und wir haben ganz viele Stakeholder. So, und da sehen Sie, ganz unten haben wir ja unseren Gesundheitskunden. Das ist der leistungsberechtliche, da ist jetzt so ein bisschen Gesundheitswesen sprecht drauf mit dem Leistungsträger, dem Leistungserbringer und so weiter und so weiter. Ja, und die Gesundheitskunden sind diejenigen, die immer intensiver mit ihren Mobile Devices arbeiten und eben für uns hochvalide Daten generieren können auf jeden Fall. Gut, wachsender Wettbewerb Neurollen. Auch das lese ich Ihnen nicht ganz vor. Das Handout, glaube ich, kriegen Sie auch noch zum Download und so weiter und so weiter. Da sehen Sie, dass da ganz neue wiederum Ökosysteme in den Ökosystemen entstehen. Ganz viel haben wir auch heute schon erlebt, ganz viel Power und auch ganz viele Ideen. Und auch da bewegt sich extrem viel. Und dafür brauchen wir tatsächlich an den verschiedensten Stellen Mobile Medien. Und es entsteht einfach eine Win-Win-Win-Situation für die Leistungsträger, die Erbringer und die Berechtigten. Da gibt es noch eine schöne Zahl, die ist von PricewaterhouseCoopers, also Schall und Rauch. Aber die sagen, mein Gott, nur wenn wir sauber digitalisieren, so Themen wie Doppeldiagnostik und so weiter vermeiden, können wir bis zu 39 Milliarden Euro im Jahr sparen. Ob das jetzt 39, 35 oder 50 sind, wissen wir alle nicht genau, ist klar. Aber da ist auf jeden Fall ein extremer Hebel drin, allein mit diesen Doppeluntersuchungen. Und ganz last but not least, wir können da echt was bewegen. Wir können tatsächlich ganz nah am Patienten, an der Patientin bessere Behandlungsergebnisse erzielen, damit Lebensqualität steigern, Überlebensraten steigern und so weiter und so weiter. Auch über Onkologie ja heute gesprochen, das ist sehr, sehr augenscheinlich auf jeden Fall. Gut, wenn wir jetzt über Innovation sprechen, dann müssen wir über das Thema Wearable Tech im weitesten Sinne und das Quantified Self sprechen. Und da müssen wir auch über andere Dinge als Smartphones sprechen. Sehen Sie, da haben wir natürlich unsere guten alten Smartphones, wir haben unsere iPads, aber wir haben auch eine völlig neue Generation von Wearables. Das sind jetzt mal ein paar VR und XR-Brillen. Aber wir haben eben die kleinen Wearables, also die Watches, die ja hoffentlich alle von uns tragen und brav ihre Ringe dicht machen, wenn es denn bei Apple ist. Aber auch Themen, wie gesagt, von anderen Herstellern oder auch so Dinge wie extrem smarte Kopfhörer in ihr Headsets, die zum Beispiel auch einen Puls messen können mittlerweile und so weiter. Heißt auch, wir müssen den Fokus ein bisschen aufmachen. Wenn wir uns mal so eine Apple Watch anschauen, was die alles so an Daten liefert. Die kann ganz viel messen, die hat ganz viel Sensoren, aber die rechnet auch ganz schön viel Kram schon hin. Cardiofitness zum Beispiel, VO2 Max. Das ist ein ganz wichtiger Fitnessparabend. Ich weiß nicht, welche Ausdauersportler wir unter uns haben, aber da waren sie sicher schon mal bei der Leistungsdiagnostik, wenn sie es ernst nehmen. Atemgasanalyse, stehen sie rum auf dem Laufband und dann ist ihnen irgendwann schlecht, weil sie hat wirklich mal sich sauer laufen müssen. Das ist ganz furchtbar. Die Apple Watch mit ein bisschen KI und mit ihren Sensoren rechnet das auf ungefähr ein Prozent genau. Ich habe den AB-Vergleich, weil ich mache echte Leistungsdiagnostik und lasse die Watch mitlesen. Super, und sie macht das auf ein Prozent genau. Das ja, wie gesagt, auf Daten auf Basis von KI. Das kann sie eigentlich nicht, weil ich trage ja keine Atemmaske nachts, aber sie kriegt es hingerechnet aufgrund der Parameter, die einfach da sind. Und das ist schön, auf jeden Fall. So, und das geht noch weiter. Wir haben schon über FIRE gerade eben auch diese Dinge gehört. Das ist in Amerika alles schon drin übrigens. Da ist ja schon so eine Below-the-Line-Patientenakte unterwegs tatsächlich. Da wird ganz viel zwischen forschenden Institutionen, werden Daten ausgetauscht und gemacht und getan. Da sind wir halt leider im europäischen Raum noch nicht ganz. Vielleicht mit der Ausnahme Skandinavien, die uns ein paar Impulse in die Richtung haben. Und es geht weiter. Wie gesagt, die nächste Generation, das ist dann wahrscheinlich die Apple Watch 9 oder 10 oder so was, die kann dann noch ganz wichtige Dinge wie Blutalkohol messen. Sollte ich jetzt nach Auto fahren, aber nicht. Glucose, Achtung, Diabetes, Riesenfeld, unglaublich teures Feld. Und so nette Sachen wie eben auch den Blutdruck, optischen Verfahren basierend, also ziemlich abgefahren. Und das ist jetzt so, wenn denn einfach die Projektion es hergeben würde, dann wäre das etwas, was so ein normaler Datensatz ist, was aus Apple Health einfach so umsonst rauskommt. Ist bei Google ähnlich. So, und da steht schon verflucht viel drin. Und das sind alles valide Daten. Das ist zwar erstmal, wie gesagt, Health Awareness, also Personal Health, aber nichtsdestotrotz hochrelevante Geschichten. Gut. Aber was machen wir denn direkt an der Patientin? Wichtig ist da wirklich mal hinzuhören übrigens. Das ist etwas, wo wir nicht über Prozesse und so wie man über Gesundheitswesen spricht, kommt man sehr oft irgendwie in die EPA und dann die Gematik und die Standards und die Datenbank und der Datenschutz und das und so weiter und so weiter. Manchmal ist es nicht ganz leicht in diesem ganzen Nebel tatsächlich noch die Patientin zum Schluss da drin zu sehen, dem was wir da treiben. Auch gegen den teilweise verzweifelten Widerstand des Systems. Auch das ist durchaus in meiner Lebensrealität, ist das an verschiedenen Stellen so. Wir dürfen aber nicht nachlassen dabei. Wir müssen wirklich hinhören und Dinge tun, die Sinn machen. Auf jeden Fall. Ein Beispiel dafür ist, das ist die Gesundheits-App, die Pflege-App, die wir für die der K gemacht haben. Da geht es jetzt nicht um den Pflegebedürftigen, sondern tatsächlich um die Menschen um ihn herum. Weil da passieren ja, das ist ein extrem kompliziertes, schwieriges Feld, wie ich mit einem pflegebedürftigen Angehörigen umgehe. Und diese App tut nichts weiter, als in allen Situationen, die rund um Pflege sind, einfach valide, relevante Informationen, Daten, Kontaktmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten darzustellen. Wird sehr begeistert genutzt und hilft auch wirklich was. Das ist ein Thema Steadynext, ursprünglich ein Forschungsprojekt, was wir mit verschiedenen Stakeholdern zusammen gemacht haben. Da geht es um Depressionstherapie. Auch ein ganz großes Thema. Auch wieder Corona-Relevanz, weil da durchaus einige von diesen psychosozialen Erkrankungen ja durchaus nochmal schwieriger geworden sind in der Isolation tatsächlich. So, und dann gehen wir einfach los und sagen, Mensch, es geht einfach um die Bewältigung von Depressionen. Geht es darum, wie können wir einfach die Lebensqualität von Depressionskranken verbessern an der Stelle. Und da ist ganz viel Daten, vieles von dem, was ich Ihnen eben gezeigt habe, aus dem Health-Kontext heraus, als auch die Selbstanalyse, die Selbstauskunft. Und da ist natürlich auch zum Schluss noch ganz viel KI dabei. Da gibt es die Daten-App, da gibt es das Analyse-Backend und da gibt es zum Schluss die Frontend-Geschichten. Und das ist etwas, was ich Ihnen kurz zeigen wollte, das ist nämlich wirklich toll. Das ist jetzt die Vorhersage, die wir auf KI-Basis treffen können innerhalb dieser App, weil es ist jetzt ganz so wichtig, wenn es sich abzeichnet, dass ein Schub kommt. Kann man was dagegen tun. Wenn Sie einmal in dem Schub drin sind, ist es meistens zu spät. So, und was Sie hier sehen, die blaue Linie ist die Eigenauskunft der Patientin und das Grüne ist inklusive der Konfidenzintervalle das, was die KI vorausgesagt hat. Und ich finde, das ist ein beeindruckendes Ergebnis und vor allem etwas, was ganz konkret, weil ich kann zwei Tage vorher sagen, pass mal auf, wenn du so weitermachst, mit deiner Bewegung, deiner sozialer Interaktion, mit deiner Selbstbewertung, mit deiner Ernährung, mit deinem Sport, mit dem Wetter, was auch immer noch so reinfliegt an Daten. Achtung, Freitag hast du ein Problem, ruf jetzt den Therapeuten an. Und ich finde, das ist etwas, was eine tolle Sache ist. So könnt ihr jetzt auch, das muss ich Ihnen jetzt leider ein bisschen erklären, weil es auch nicht zu lesen ist, so könnt ihr eine Versicherten-App auf EPA-Basis ausgeben. Da haben wir natürlich die Standard-EPA-Geschichten. Da hat also Dr. Schröder mal den Befund reingehauen und so weiter und so weiter. Aber wir müssen weiter darüber nachdenken. Wir müssen Dinge tun, einfach Terminplanung, dein Hautkrebs-Screening, deine ganzen Vorsorge-Geschichten sind da einfach drin. Mach mal bitte, mach mal hinne. Ist wirklich wichtig, dass du irgendwie mal Darmkrebs checkst. So, dann geht es weiter einfach mit. Du, vielleicht musst du auch das Rauchen aufhören. Es gibt ein paar Fragen vom Arzt noch und so weiter und so weiter. Und auch hier können wir so einen wunderschönen Kosmos an relevanten Health-Daten, die aus dem Personal-Health-Bereich und dem professionellen Health-Bereich stammen, im Sinne des Patienten, der Patientin zusammenfassen und auch da Dinge wirklich verbessern. Gut, ganz kurzes Beispiel auch noch. Jetzt sind wir bei den anderen Variables. Wenn wir zum Beispiel jetzt von Physiotherapie-Unterstützung in der Virtual Reality sprechen. Physiotherapie ist ein Spannungsfeld, kostet auch ganz viel Geld. Das ist ein schwieriges Feld auch, das ist optimal zu bedienen, das Thema. So, da haben wir einfach mal gesagt, Mensch, ein bisschen Gamification. Mach doch mal deine Übungen, die du von deinem Therapeuten bekommst, mal auf einer Farm, auf Inas Reha-Range, wo wir dann einfach tatsächlich Standardübungen in der Physiotherapie mit ganz viel Gamification. Da sehen Sie ja, mein Liebling, die Kuh, die Mut dann auch. Und da ist eine so eine Dehnübung, ist dann tatsächlich, da füttern Sie halt die Kuh. Moorüber aufheben, rechte Kuh mit linken Arm, linke Kuh mit rechten Arm und so weiter und so weiter. Macht Spaß, bindet den Patienten und vor allem das Regime wird mal eingehalten. Das ist ein Riesenthema bei der Physiotherapie. Da findet ganz viel statt in den 40 Minuten, die man hat vor Ort. Da sagt er, Zettel, mach das mal zu Hause, bitte. Und Paul Schröder setzt sich dann halt wieder mit der Bierdose und der Chips wieder aufs Sofa. Was ihn nicht davon abhält, in den nächsten Wochen zu sagen, er hätte sich jeden Tag gequält und er weiß gar nicht, warum es nicht besser wird. Und das ist ein Riesenproblem. So, und das Schöne ist ja, das ist auch alles revisionssicher dokumentierbar. Also alle Beteiligten wissen, wie oft hat er denn, wie viel Kühe hat er gefüttert, wie viel Möhren hat er, wie viel Äpfel hat er gepflückt. So, der Therapeut kriegt eine Auswertung, der Patient kriegt eine Auswertung und die Kasse, die ja auch immer über die Wirksamkeit von diesen Therapieansätzen entscheiden muss, kriegt auch noch was. Super. Dann haben wir alle glücklich und wieder eine Win-Win-Win-Situation hergestellt. Und vielleicht auch ein bisschen dabei geholfen, dass halt einfach die Übungen zu Hause auch mal gemacht werden. Sonst bringt das nämlich alles nichts. Gut, wenn wir mit diesen Themen umgehen, ich komme auch langsam zum Schluss, das Mikrofon wird warm, ich merke es. Wann immer wir mit solchen Daten umgehen, müssen wir natürlich immer vorsichtig sein. Wir dürfen niemanden verängstigen. Das hat natürlich auch so ein bisschen Big Brother, wenn man das falsch formuliert und da einfach auf bestimmte Ängste, die einfach so bestehen, nicht eingeht. Und heißt auch, das ist eh allen Beteiligten klar. Da gibt es so schöne Sachen wie die Sicherheitsanforderungen, digitale Gesundheitsanwendungen und die DSGVO und so weiter. Mit der müssen wir umgehen. Die ist halt einfach mal so, wie sie ist. Und prinzipiell ja auch die Idee dahinter ist eine gute Idee. Wenn Sie mit DIGAS vielleicht zu tun haben, lassen Sie, es ist auch ein sehr schroffes Thema. Gerne ist ein QR-Code drauf. Melden Sie sich bei uns. Wir haben da sehr, sehr viel drüber nachgedacht, notgedrungen. So, und können vielleicht ein paar von den klassischen Stolperfallen vermeiden. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus